Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Olivers Euphorie erhält einen Dämpfer, als Miller behauptet, dass Henry sie benutzt. Stimmt das etwa? Olivia ist Henrys Schalm erlegen. Miller glaubt allerdings, dass er keine ernsten Ambitionen hat, sondern nur ihre Eifersucht entfachen will. Als sie mit Olivia mit ihrer Vermutung konfrontiert, ist das für diese wie ein Schlag ins Gesicht. Olivia ist am Morgen froh, dass Miller ihr den Sex mit Henry nicht nachträgt. Voller Genugtuung genießt sie die Aufmerksamkeit, die Henry ihr entgegenbringt und schießt auch Lukasch, Bedenken in den Wind, er könne es womöglich nicht ernst mit ihr meinen. Währenddessen muss sich Henry von Miller den Vorwurf anhören, er wolle sie mit Olivia nur eifersüchtig machen. Das streitet er jedoch vehement ab. Bei einem spontanen Date lässt sich Olivia immer mehr von Henry um den Finger wickeln und schläft ein weiteres Mal mit ihm. Als Miller sie am Abend zur Rede stellt und behauptet, dass sie nur ein Spielball in ihrem und Henrys Machtkampf ist, fühlt sich Olivia unweigerlich gekränkt. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.